Guten Abend, meine Damen und Herren, für die Gäste aus Deutschland, es gibt eben am 21. Mai eine Volksabstimmung in der Schweiz über die Energiewende, wie man diesen Übergang zu erneuerbaren Energien, den Versuch der Dekarbonisierung, also dem Ausstieg aus Kohle, Erdöl und Erdgas in Deutschland nennt. Und deswegen ist diese Veranstaltung heute vielleicht von besonderer Relevanz für die Schweiz. Für mich persönlich ist es allerdings eben eine Zusammenfassung der vier Vorträge, die wir im Vorfeld hatten und es war eben mein Bedürfnis da, Energie, Klima und Bevölkerung ganzheitlich zu betrachten. Das sind die vier Vorträge, die wir hatten. Die waren eben gefördert oder getragen von der Universität Konstanz, der Internationalen Bodenseehochschule, der Akademie Berlingen und der Pädagogischen Hochschule des Thurgau. Wir hatten zunächst mal Hans-Werner Sinn, er hat sich mit den Kosten der Energiewende und vor allen Dingen der Speicherproblematik für Photovoltaik und Windenergie, die ja stark fluktuieren, auseinandergesetzt. Herr Bohner, der Leiter der EMPA, einem Großforschungsinstitut der Schweiz, hat sich mit den Verbesserungen der Energieausnutzung beschäftigt. Welche Möglichkeiten haben wir, den Energieverbrauch zu reduzieren, ohne den Lebensstandard zu senken? Herr Stocker, einer der zwei führenden Klimawissenschaftler des Weltklimarats in der Arbeitsgruppe 1, das sind die Wissenschaftler, die Arbeitsgruppe 1. Er ist einer von zwei führenden Wissenschaftlern der ganzen Welt. Professor aus Bern hat sich eben genau mit den Klimavorhersagen auseinandergesetzt. Und Frau Kolberg von der Pädagogischen Hochschule des Thurgau hat eben diesen extrem wichtigen Punkt der Bildung betont, dass nur die Bildung uns befähigen wird, sowas wie Diktaturen oder eben eine Stabilität der Demokratie zu erreichen in den Ländern, die das noch nicht haben. Heute Abend, diese Zusammenfassung wird im Wesentlichen finanziert und getragen von der Universität Konstanz und von der Akademie Berlingen. Gut, kommen wir also zu meinem Versuch einer gesamtheitlichen Analyse und ich fange mal an mit dem Thema Klima. Das ist eine Folie aus dem Vortrag von Herrn Professor Stocker, dessen Vortrag ich vollkommen begrüße. Ich stehe in jedem Punkt, bin ich in Übereinstimmung. In unseren Vorlesungen in der Physik in Konstanz gehen wir auch eben diese Vorhersagen und auch die Erkenntnisse des Weltklimarats im Detail durch. Und diese Dinge, die der Weltklimarat so publiziert, das ist das Beste, was wir haben. Es sind Prognosen, das heißt, es gibt immer eine Unsicherheit, aber das hier sind Messdaten. Das ist die menschengemachte Klimaerwärmung. Sie sehen hier die Temperatur, Null ist eben so der Mittelwert irgendwo zwischen 1951 und 1980, das wird willkürlich festgelegt. Das ist sozusagen die Normaltemperatur, aber Sie sehen die Temperaturkurve. Hier die beiden verschiedenen Kurven sind für die Nord- und Südhalbkugel der Erde. Es geht steil nach oben und 2016, letztes Jahr, hatten wir sogar ein besonders warmes Jahr, sodass man sagen kann, wir hatten da mehr als ein Grad Klimaerwärmung. Das sind wir. Das sind unsere CO2-Emissionen vom Autofahren, vom Heizen und von der Kohle zur Stromerzeugung. Und ja, man muss sagen, wie dieser berühmte Spruch, ich glaube, das war eine Apollo-Mission, Houston, we have a problem. Wir haben ein Problem. Aber was schließen wir daraus? Wenn wir jetzt nur das Klima und die CO2-Problematik anschauen, dann heißt es, ja, wir müssen dekarbonisieren, wir müssen also unsere Emissionen an Treibhausgasen reduzieren und dann ist alles gut. Das ist aber eine sehr direkte Logik. Da werden andere Faktoren wie die Armut der Menschen in anderen Ländern gar nicht berücksichtigt. Und deswegen versuche ich eine ganzheitliche Analyse. Aber nicht nur das, es gibt auch für das Klima alleine ein paar Punkte oder einen wesentlichen Punkt, den man auch berücksichtigen sollte. Der führt vielleicht nicht zu einer anderen Schlussfolgerung, dekarbonisieren, aber immerhin ist es wichtig für unsere Auffassung, unser Denken, in was für einer Umwelt wir uns eigentlich befinden. Es ist so, das Klima schwankt auch ohne den Menschen. Ich glaube, viele Leute denken, ohne den Menschen, der Menschen stört sozusagen das Gleichgewicht und ohne den Menschen wäre alles gut, so wie das Paradies. Das ist eigentlich ein bisschen eine christliche Vorstellung dahinter, aber dem ist nicht so. Ja, wir haben hier ein Foto von einem Gletscher in der Ostschweiz, der Cerva-Gletscher, aus dem Jahr 2005. Und Sie sehen hier, gegenüber 1985 hat er sich dramatisch zurückgezogen. Das sind 20 Jahre, das ist die menschengemachte Klimaerwärmung. Sie sehen hier angedeutet eben die Ausdehnung des Gletschers mit der weißen Linie aus dem Jahr 1985. Aber es gibt noch ein paar andere Markierungen, insbesondere diese weiße Linie hier rechts und links, wo kleine Eiszeit dran steht. Das sehen Sie in allen Alpentälern in der Schweiz und in Österreich und natürlich auch in Italien und Deutschland. Da gibt es auch eine seltsame Linie, wo das Gestein unten drunter, also der Felsang ist ein bisschen heller, oben drüber ist der dunkler. Und das liegt daran, dass es ziemlich lange Zeit braucht, bis diese Flechten nachwachsen. Das war vor ungefähr 300 Jahren die Ausdehnung des Gletschers. Er hat das Tal vollkommen gefüllt in dieser Zeitspanne, etwa im Mittelalter zwischen 1500 und 1800 nach Christus. Da hatten wir die kleine Eiszeit, eine Abkühlung aus ganz natürlichen Gründen. Das war eine natürliche Klimaveränderung und die Gletscher haben sogar die Dörfer in den Tälern bedroht. Und das war ein Problem, weil diese Abkühlung auf der Nordhalbkugel, Südhalbkugel, weiß ich jetzt nicht so genau, auf jeden Fall auf der Nordhalbkugel gab es überall diese Abkühlung. Die bewirkte natürlich auch, dass die Lebensmittelproduktion durch die Farmen reduziert wurde, weil die Wachstumsperiode der Pflanzen kürzer wurde. Es gab erst später den Frühling und der Herbst, die Kälte setzte früher ein. Das war ein Problem für die Menschen und aus dieser Zeit gibt es auch diese Gemälde in Holland, wo die Menschen auf diesen zugefrorenen Grachten, das ist Salzwasser, Schlittschuh gelaufen sind. Heute frieren die nicht mehr zu. Damals war es eben eine kleine Eiszeit und dieser Gletscher hat bis 1985 aus ganz natürlichen Gründen abgeschmolzen, weil die kleine Eiszeit zu Ende war. Es gibt also natürliche Schwankungen und wenn wir weiter zurückgehen, das sind jetzt 300 Jahre hier, wenn wir 5000 Jahre zurückgehen in das sogenannte Klimaoptimum des Holozehen, das ist ein Erdzeitalter, in dem wir uns heute befinden, da war der Gletscher ganz abgetaut und nur die Firmenfelder in 3000 Meter Höhe haben überlebt. Und das sind kleine, subtile Änderungen der Erdbahn, die daran schuld sind, dass es diese Klimaänderungen gibt. Gehen wir noch weiter zurück, eine Million Jahre und schauen uns diese Zeitspanne seit einer Million Jahre mal vor Augen. Gut, der Physiker hat keine Probleme mit Millionen, wenn sie in der EU leben, dann haben sie keine Probleme mit Milliarden, weil sie wissen, mit 80 Milliarden kann man Griechenland unterstützen, nicht mit 80 Millionen. Also große Zahlen sind für zumindest die Deutschen unter ihnen sicher kein Problem. Den Schweizern müsste ich es vielleicht erklären, eine Million, nicht? Eine Million Jahre kann sich der Mensch mit seiner Lebensspanne von vielleicht 80 oder 90 Jahren kaum vorstellen. Für den Geophysiker ist das ein Fingerschnipsen. Also eine Million Jahre. In dieser Zeit hatten wir die meiste Zeit Eiszeit. So, und das ist jetzt für meine Schweizer Zuhörer ein bisschen schwierig, weil in einer Eiszeit ist die Schweiz unbewohnbar. Es ist ähnlich vereist wie Grönland und nur die höchsten Berge gucken heraus aus dem Eispanzer. Gilt auch für Österreich. Das heißt, es gibt in dieser Zeit, und das war eben 80 Prozent der Zeitspanne der letzten eine Million Jahre, es gibt da keine Schweiz und kein Österreich, wo man leben kann. Übrigens auch in Norddeutschland nicht. Das ist Eiszeit und Eiszeit wollen sie nicht. Gut, das ist also eine natürliche Klimaschwankung, die durchaus nicht nett ist. Seit 10.000 Jahren ist die letzte Eiszeit zu Ende gegangen und ich nenne es jetzt mal eine Warmzeit. In der Fachsprache heißt es eine Zwischeneiszeit. Also so richtig warm ist es eben auch nicht, weil wir immer noch vereiste Pole haben, aber ich nenne es mal Warmzeit. Und, was vielleicht ein bisschen beunruhigend ist, eine typische Warmzeit, zum Beispiel die letzte vor 100.000 Jahren, da hatten wir schon mal für 10.000 Jahre eine Wärmeperiode, wo die Schweiz bewohnbar wurde. Die hat aber nur 10.000 Jahre gedauert. Und unsere ist 10.000 Jahre alt. Man könnte also auf die Idee kommen, dass unsere Warmzeit vielleicht mal zu Ende geht. Das sind langsame Prozesse, aber das hier ist eben relativ neues Science-Papier hier. Ich habe dieses Bild ein bisschen vereinfacht, aber man sieht hier sehr schön, wie sich die Temperatur über die letzten 10.000 Jahre, Null ist heute, das ist vor 10.000 Jahren, sie ist erst hochgegangen, wir kommen hier aus der Eiszeit. Links kommen wir aus der Eiszeit, da geht es bis minus 8 Grad, da ist alles vereist und die Schweiz unbewohnbar und Teile Deutschlands auch. Dann geht es hier in die Warmzeit, Null ist wieder heute, also es war sogar wärmer als heute im Optimum des Holozehn. Das ist das Holozehn, die Warmzeit, in der wir uns im Augenblick befinden. Die hat aber eine Lebensdauer von 10.000 Jahren und Sie sehen hier, wie die Temperatur seit 5.000 Jahren, Klima-Lehrbuchwissen, langsam abgesunken ist. Wir waren eigentlich auf dem Weg in die nächste Eiszeit und die kleine Eiszeit, diese Kälteperiode Ende des Mittelalters, war nur ein Vorgeschmack auf die kommende, richtige Eiszeit. Und hier sehen Sie das Einsetzen der Klimaerwärmung durch den Menschen. Diese steile Kurve hier nach oben, das ist die Kurve von Herrn Stocker, aber auf dieser Zeitskala von vielen Tausenden von Jahren ist es eigentlich nur eine senkrechte nach oben. Das heißt, wir haben den Trend, den Kaltzeittrend, der seit 5.000 Jahren anhält, diese langsame Abkühlung in die nächste Eiszeit unterbrochen, umgedreht und jetzt ist es erst mal wieder so warm geworden wie im Klimaoptimum des Holozehn. Das ist erst mal gut, denn Eiszeit wollen Sie, speziell in der Schweiz, auf gar keinen Fall haben. Aber wie Sie auch sehen, die Reaktion hier nach oben, die ist viel zu steil, das schwingt jetzt über, jetzt wird es zu warm. Aber was ich sagen will ist, erstens, es gibt etwas Gutes an der Klimaerwärmung. Es wäre nämlich sonst rund ein Grad kälter und es wäre dann schwierig, die 7,5 Milliarden Menschen zu ernähren auf der Erde, weil eben die Witterungs- und Wachstumsperiode der Pflanzen kürzer wäre, wenn es insgesamt kälter wäre. Die Klimaerwärmung hat auch etwas Gutes, aber es darf natürlich nicht zu warm werden und das heißt, wir haben es entweder zu kalt oder zu warm. Aber es gibt eben auch aus natürlichen Gründen Klimaschwankungen. Ohne uns würde sich das Klima auch verändern und zwar auch zum Schlechten, nur eben zum Kalten und nicht, wie jetzt eben es droht, zu warmen. Das zum Thema Klima. Gut, ich komme jetzt zum zweiten großen Themenpunkt, das ist die Energie und Herr Hermann Hess hat es schon angedeutet. Ich habe da so eine historische Perspektive. Ich denke, man sollte ein bisschen vorsichtig sein, wenn man die Industriegesellschaft, Industrie- und Konsumgesellschaft, in der wir heute leben, wenn man die so kritisch betrachtet. Sie hat viele Nachteile, Umweltverschmutzung und es gibt zumindest in der Industrialisierungsphase zu Beginn ein Proletariat der Arbeiter und sowas alles, aber es hat auch große Vorteile und Wohlstand gebracht. Die Geschichte der westlichen Welt ist eine Geschichte der Energie. Gehen wir mal zurück in die Antike. Das war etwa bis zum Zusammenbruch des Römischen Reiches, 400 nach Christus. Bis dahin waren vielleicht einige hunderttausend Leute in der Schweiz wohnhaft, also im Faktor 10 oder noch mehr 20 weniger als heute. Und zwar nicht deswegen, weil es einfach nur so wenig Leute gab, sondern mehr konnte das Land nicht ernähren, ohne Kunstdünger, ohne Traktoren. Mehr konnten dort nicht leben. Die Geburtenraten waren enorm hoch, die Menschen hatten sehr viele Kinder, aber viele sind gestorben, also Kinder. Die meisten Menschen mussten in der Landwirtschaft leben, arbeiten einfach deswegen, weil die Landwirtschaft keine Überschüsse produziert hat. Der Bauer hat gerade mal genug für sich selber und seine Familie produziert. Die einzige Energiequelle, und das ist vielleicht aus der Sicht unserer grün bewegten Mitbürger eine gute Sache, die einzige Energiequelle war die Biomasse. Es gab nichts anderes als Holz und die einzigen Hilfen des Menschen waren Tiere wie Ochsen und Esel, die also hier als Arbeitsmaschinen dienten. Also nur Muskelkraft, die einzige Energiequelle, die Biomasse geheizt wurde mit Holz, Arbeit musste der Mensch selber leisten und der Stundenlohn war zehn Rappen, also ein Hundertstel, ungefähr ein Hundertstel, ein bisschen weniger sogar noch pro Stunde wie heute. Ich kann diesen Stundenlohn angeben, weil es heute noch etwa eine halbe Milliarde Menschen gibt, die in einer solchen Gesellschaft, einer sogenannten Subsistenzgesellschaft leben. Subsistenz heißt, sie können nichts kaufen, weil sie kein Geld haben, sondern alles, was sie brauchen, müssen sie selber erzeugen. Sie brauchen ein paar Schuhe, dann müssen sie ein Schwein mästen, es schlachten, das Leder gerben und Schuhe nähen. Eine halbe Milliarde lebt auf einem Hundertstel unseres Niveaus. Das ist eine unvorstellbare Armut. Im Mittelalter kamen zwei neue Energiequellen hinzu, das war die Wassermühle und die Windmühle und damals war es schon klar, die Windmühle ist nicht grundlastfähig, sondern man kann damit nur arbeiten, wenn Wind ist. Wenn kein Wind ist, geht es nicht. Deswegen wurden überall hauptsächlich Wassermühlen eingesetzt. Sie sehen hier eine Wassermühle im Einsatz im Bergbau. Das hier ist ein Schacht, das ist der Förderkorb und Sie sehen hier den Kontrolleur, der kann das Wasser rechts rum oder links rum auf dieses große Rad laufen lassen und dann geht der Förderkorb rauf oder runter. Damit konnte die menschliche Arbeitskraft enorm verstärkt werden, etwa um den Faktor 10. Man konnte viel tiefer abtäufen, um Eisenerz oder Ähnliches zu fördern. Der Stundenlohn, der Wohlstand stieg um den Faktor 10 auf ca. 1 Franken oder 1 Euro die Stunde und nur noch die Hälfte musste in der Landwirtschaft arbeiten, weil auch die Produktivität, hier geht es um Produktivität, also wie viel kann ich mit meiner Arbeit eigentlich produzieren, mit der Hilfe von Maschinen. Nur noch die Hälfte musste in der Landwirtschaft arbeiten und es entwickelten sich große Ortschaften und Städte, die es vorher eigentlich nur geben konnte, wenn man Sklaven hatte. Das war die Zeit der Mühle, die ging etwa um 1800 zu Ende. Es gab dann einen großen Holzmangel in Europa, weil Holz war Brennmaterial, Baumaterial und alles und die Wälder waren auf einmal weg. Und dann kam zum Glück die Dampfmaschine. Zum Glück, weil das Holz war einfach alle. Die Biomasse reichte nicht aus und auch die Wasserkraft reichte nicht aus, aber dann ist es eben gelungen und das ist die Ursache unseres heutigen enormen Wohlstands und auch diese Lampe, die auf mich gerichtet ist oder dieser Beamer, der hier projiziert, der kommt letztens aus der Idee, Wärme in menschliche Arbeitskraft oder in Arbeitskraft umzuwandeln. Sie haben hier Wärmeproduktion aus der Verbrennung von Kohle zunächst mal, aber genauso kann es Verbrennung von Erdöl oder Erdgas sein und das wird hier über diese seltsame Kolbensache hier mit der Pläulstange in eine Drehbewegung und damit in Arbeit, die den Menschen entlastet, umgewandelt. Unsere Autos, unsere Kernkraftwerke sind nichts anderes als fortentwickelte Dampfmaschinen. Auch die Kernenergie dient nur der Wärmeerzeugung, auch wenn es keine Verbrennung im eigentlichen Sinn ist. Deswegen können heute mit der enorm hohen Produktivität der Landwirtschaft die Riesentraktoren mit dem Dünge, sie brauchen sehr viel Energie für die Düngemittelerzeugung, tatsächlich 8 Millionen Menschen in der Schweiz oder 80 Millionen Menschen in Deutschland leben und nur 2% der Menschen genügen, um die gesamte Bevölkerung zu ernähren. Und natürlich ist der Lebensstandard insgesamt um den Faktor 100 gestiegen. Ich unterscheide also diese drei Phasen hier in der Zeit. Wir haben hier die Zeit seit der Antike, wir kommen aus der Phase 1, reine Biomasse, dann kamen Wasser und Wind dazu, eine Steigerung des Lebensstandards etwa um Faktor 10 und heute haben wir die vier großen klassischen Energien, zu denen also die meisten westlichen Industrienationen zu etwa 90% abhängen. Wir müssen nicht denken, dass die westliche Welt heute mit Wind und Sonne läuft. Nein, nein, sie läuft mit etwa 87% im Durchschnitt und da gehört auch Deutschland dazu und die Schweiz ist sogar ein bisschen besser wegen dem hohen Anteil der Wasserkraft, aber auch die USA oder auch China, sie hängen alle zu rund 90% von diesen vier großen Energien hier ab und das bewirkt eben auch, oder hat zumindest historisch bewirkt, diesen hohen Lebensstandard. Zunächst mal ist das eine gute Entwicklung, da will ich noch darauf eingehen, aber es stellt sich die Frage, wie geht es weiter, die klassischen Energien, also zumindest die fossilen werden irgendwann erschöpft sein und es gibt eben dieses Klimaproblem. Aber ich wollte eben sehr gerne auf die Bedeutung der Verfügbarkeit dieser sehr preiswerten und sehr starken Energien, Kohle, Erdgas, Erdöl und Uran für unseren heutigen Lebensstandard eingehen und das einmal darstellen, was das eigentlich für eine Veränderung in der Industrialisierung seit 150 Jahren bedeutete. Das war erstmal der Punkt zur Energie. Jetzt der dritte große Problemkreis ist die Bevölkerung. Ja, das sind die drei wichtigsten Parameter, die mit der Klimaproblematik zu tun haben und zwar deren Entwicklung der letzten 20 Jahre. Und zwar die graue Kurve ist die Weltbevölkerung. Die hat sich in den letzten 20 Jahren, wie Sie hier sehen, um 30 Prozent erhöht. Wir haben ein lineares Wachstum, das ist eigentlich schon gut, weil vorher war es exponentiell, das heißt, es ging immer steiler nach oben, jetzt ist es nur noch linear, von einer Milliarde alle zwölf Jahre. Wir brauchen also alle zwölf Jahre einen Kontinent der Größe Afrikas, weil eine Milliarde Menschen leben heute in Afrika, um die Bevölkerungsdichte konstant zu halten oder Platz zu schaffen. Wir haben nicht nur ein Klimaproblem, sondern wir haben ein ganz immenses Bevölkerungsproblem. Nicht in der Schweiz, nicht in Europa, aber in den armen Ländern, da wo die Bevölkerung wächst. Ein Beispiel, Bangladesch wächst jedes Jahr, ein Land, was etwa halb so groß ist wie Deutschland und 160 Millionen Einwohner, also doppelt so viele wie Deutschland, wächst jedes Jahr um drei Millionen Menschen. Das heißt, Sie müssen in Bangladesch, halb so groß wie Deutschland, jedes Jahr eine Stadt der Größe Berlins bauen, um diese vielen Menschen unterzubringen. Das ist ein Bevölkerungsproblem. Gut, mehr Menschen brauchen mehr Energie. Das sieht man sehr schön, Sie sehen hier die rote Kurve, das ist die Primärenergie. Wir reden bei der Energiewende immer sehr viel über Strom. Finde ich ja gut, Strom ist natürlich wichtig, aber es ist nur ein relativ kleiner Teil des Primärenergieverbrauchs, denn die Autos in der Schweiz und auch in Deutschland, auf der deutschen Autobahn haben Sie ja keine Geschwindigkeitsbegrenzung, die laufen nicht mit Strom, die laufen mit Diesel oder mit Benzin. Und das ist der Primärenergieverbrauch, der ist so groß und der Stromverbrauch ist so groß. Wir können viel über Strom reden, aber wenn es um das Erdproblem geht, nämlich die CO2-Emissionen, da geht es mit den Autos um die Primärenergie, alles zusammen und Sie sehen hier, der Primärenergieverbrauch global ist in den letzten 20 Jahren um 50 Prozent gewachsen. Und zwar erst mal mit den Menschen, aber auch dann hier ab 2005 etwa oder 2003, als es dann großen Boom in Asien gab, dann gab es nicht nur mehr Menschen, sondern es ging den Menschen auch noch besser. Der Lebensstandard ist gewachsen und höherer Lebensstandard in den ganz armen Ländern bedeutet ein massives Wachstum des Energieverbrauchs. Erstmal ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Es geht den Menschen besser, aber es sind natürlich auch mehr Menschen geworden und Sie sehen, bei weitem die meiste Energie wird offensichtlich aus den Fossilen gewonnen. Also Fossile sind eben Kohle, Erdgas, Erdöl, bei deren Verbrennung und Kohlendioxid entsteht, weil die blaue Kurve, das sind die Treibhausgasemissionen, CO2, die folgt der Energiekurve. Letztendlich ist es also so, dass der höhere Lebensstandard in den bitterarmen Ländern und das Bevölkerungswachstum zu einem 50-prozentigen Wachstum der Treibhausgasemissionen geführt hat in den letzten 25 Jahren. Wie wahrscheinlich ist das, dass sich das demnächst umkehrt und die Forderung von Herrn Stocker, die durchaus vernünftig ist, eines Absinkens auf Null bis 2050 oder spätestens bis 2100, dass das eintreten wird. Schauen wir Beispiele an. Wir haben hier China. Sie sehen hier, ab hier 2002 oder so war das, da ist plötzlich dieser Wirtschaftsboom eingesetzt in China und die Kohlendioxidemissionen, das sind jetzt Absolutzahlen, 8000 Millionen Tonnen, die legen in China in zwei Jahren um so viel zu, wie Deutschland, insgesamt emittiert, nämlich rund 1000 Millionen Tonnen. Sie sehen hier auch die Bemühungen der deutschen Energiewende, die Emissionen sind von 1000 Millionen Tonnen auf 800 Millionen Tonnen zurückgegangen, aber wenn ich mal aus der Perspektive der Erde gucke, würde ich sagen, ja ist ja schön, dass Deutschland sich so bemüht, aber was ist denn mit China? Das ist ja eigentlich ein viel größeres Problem, da müsste man doch eigentlich mal gucken, wie das da ist, weil selbst wenn Deutschland seine Emissionen schlagartig auf Null setzen würde, also keine Autos mehr, also nur noch Elektrobikes oder sowas, dann würde diese Einsparung in zwei Jahren durch alleine das Wachstum von einem Land China eben kompensiert werden. Ja, Sie sehen auch in Afrika, eine Milliarde Menschen verbrauchen etwa oder emittieren so viel CO2 wie Deutschland, das liegt aber nicht daran, dass die so umweltbewusst sind, sondern sie sind einfach fürchterlich arm. Das ist ein Vortrag hier in Kreuzlingen in der Schweiz und man könnte sich fragen, ja was ist denn mit der Schweiz? Das Problem mit der Schweiz ist, dass die Zahl, die Emissionen in der Schweiz nicht signifikant von dem schwarzen Strich hier der Nulllinie sich unterscheiden. Die Schweiz hat im letzten Jahr 34 Millionen Tonnen emittiert und das ist geradezu beeindruckend wenig. Man kann die Schweiz in der Größe etwa mit einem Bundesland wie Baden-Württemberg vergleichen, aber selbst wenn man es mit Baden-Württemberg vergleicht, ist es immer noch sehr wenig CO2-Emissionen und das liegt daran, dass der Strom, den wir hier gerade verbrauchen mit dem Spot und dem Computer, dass der CO2-frei ist. Er wird nämlich ausschließlich aus Wasserkraft und Kernenergie erzeugt und das heißt, es fallen keine Kohlendioxid-Emissionen an. Der Hauptemission in der Schweiz ist die Mobilität und ein bisschen das Heizen, aber eben sehr viel weniger und ja, das ist also geradezu beschaulich wenig. Ich meine, natürlich kann sich die Schweiz große Mühe geben, diese Emissionen noch weiter zu senken. Es ist nur so, selbst wenn die Schweizer ihre Emissionen auf Null setzen würden, dann würde diese Einsparung der Schweiz um 100 Prozent, was eben beliebig viel Mühe kosten würde, in einem Monat allein durch das Wachstum in China kompensiert werden. Ja, also, ich meine, es ist ein großes Lob an die Schweizer, ich selber lebe ja auch in der Schweiz und bin ganz beeindruckt, wie toll unsere Daten sind, aber es ist eben auch so ein bisschen hoffnungslos, da jetzt sparen zu wollen, um irgendwas am Weltklima zu ändern. Es gibt aber auch eine gute Nachricht und das hatte ich schon gesagt, die Menschen produzieren so viel Kohlendioxid, weil es ihnen eigentlich immer besser geht. Das hier ist ein etwas kompliziertes Diagramm, es ist ein Korrelationsdiagramm. Jeder Kreis ist ein Land und was Sie hier unten sehen, ist sowas wie das Jahreseinkommen, allerdings zusammen mit der Industrie. Es ist das pro Kopf Bruttoinlandsprodukt. Die reichen Länder sind rechts, Sie haben ja Deutschland, Sie haben ja die USA, Jahreseinkommen etwa 50.000 oder sowas US-Dollar. Ja, und links die senkrechte Achse, das ist die Geburtenrate und Sie sehen hier, Deutschland liegt unter zwei, das heißt, zwei Kinder wäre ja eben für zwei Eltern eine stabile Gesellschaft, das heißt, Deutschland würde ohne Zuwanderung schrumpfen, USA ist etwa stabil, aber hier, weiter links, da wo die armen Länder sind und hier gibt es etwa so beim Zehntel unseres Lebensstandards, der ist etwa bei 40.000 oder 50.000 und hier bei 4.000 oder 5.000, da gibt es sowas wie eine Armutsschwelle, die Länder, das sind die Kreise hier oben, die Länder, die noch ärmer sind als ein Zehntel unseres Lebensstandards, da, die treiben das Bevölkerungswachstum, da gehen die Geburtenraten hoch auf sechs oder sieben Kinder im Mittel, das heißt, es gibt auch Familien mit zwölf Kindern und mehr, das sind die bitterarmen Länder, Afghanistan, Pakistan, Somalia und so, das sind eben auch typischerweise die Krisenländer, aber was Sie auch sehen und das sind die lauen Pfeile hier, das ist die Bewegung der letzten 30 Jahre, Sie sehen, dass die USA und Deutschland eigentlich sich hier bewegt haben entlang dieses grauen Balkens, der graue Balken ist sowas wie die Korrelation, also die, die fasst diesen Zusammenhang zusammen, alle Länder, auch Thailand und China bewegen sich entlang dieses grauen Balkens hier in der Zeit nach rechts zu höheren Lebensstandard und sobald Sie diese Schwelle, diese Armutsschwelle überschritten haben, gehen die Geburtenraten und das passiert jetzt in diesem Augenblick, wo wir hier sitzen, gehen die Geburtenraten auf unter drei Kinder im Durchschnitt zurück und das ist dann akzeptabel für den Planeten. Das wäre dann die Hoffnung der UN-Bevölkerungsdivision, dass sich die Bevölkerung durch diesen Effekt der Lebensstandard in diesen bitterarmen Ländern, der muss wachsen über die Armutsschwelle von einem Zehntel unseres Lebensstandards, dass sich dann die Weltbevölkerung bei etwa zehn bis zwölf Milliarden stabilisiert. Solange uns das nicht gelingt, sehe ich keine Chance, dass wir den Ressourcenverbrauch oder die CO2-Emissionen überhaupt unter Kontrolle bringen, aber es sieht gut aus, es dauert nur leider ein wenig. Man kann sich fragen, wo die Schweiz ist, die ist nicht auf dem Diagramm drauf, weil das Bruttoinlandsprodukt in der Schweiz ist 81.000 und da sind nur ganz wenig Länder hier rechts, deswegen habe ich dieses Diagramm bei 60.000 enden lassen, weil da nur noch drei, vier, also Singapur ist auch noch so reich. Die Schweiz ist in diesem Standard also zu unvorstellbar reich. Sie emittiert ungefähr kein Kohlendioxid, ist unglaublich reich, also im Vergleich zu anderen Ländern, die eben ärmer sind, wie zum Beispiel die USA. Das hängt natürlich auch immer ein bisschen vom Wechselkurs ab, im Augenblick ist es eben so, dass der Schweizer Franken sehr stark ist. Ja, wir brauchen also eigentlich Wirtschaftswachstum in den bitterarmen Ländern und das sind eben wirklich sehr viele Menschen. Und so verschiebt sich jetzt die Perspektive, ich hoffe, Sie können mir folgen, dass diese einfache Logik, wir haben zu viel CO2-Emissionen, also müssen wir sparen, in den armen Ländern für die drei Milliarden Menschen, die unterhalb von einem Zehntel unseres Niveaus oder einem Zwanzigstel des Niveaus der Schweiz leben, ist das ein vollkommen absurdes Argument. Wenn Sie jemandem da aus Somalia sagen, jetzt spar doch mal Energie, da denkt der, der hat ja einen Vogel, der hat ganz andere Probleme. Gut, aber wir können uns natürlich noch fragen, ja, also Deutschland sagt ja immer, wir gehen voran und ich habe das jetzt auch schon aus der Schweiz gehört, bei der Energiestrategie 2050 Diskussion, wir gehen voran, wir machen das als Erste und dann folgen uns die anderen. Naja, was tun denn die anderen? Und da habe ich mal diese Stichpunkte hier zusammengestellt. Also zunächst mal Deutschland, das ist ja das Musterland der Energiewende. Wenn wir die neuesten Zahlen angucken, also der Durchschnitt der fossilen Abhängigkeit ist etwa 80 Prozent und Deutschland hängt ja immerhin nur noch zu 79,4 Prozent von fossilen Energien ab. Das ist tatsächlich das, was vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für das Jahr 2015 angegeben wird. Da kommen noch sieben Prozent dazu für die Kernenergie, dann sind wir bei 87 Prozent und das ist also praktisch nicht messbar unterhalb des Durchschnitts. Das heißt, die vielen, vielen Windräder und Photovoltaikanlagen, die Sie in Deutschland vor allen Dingen im Norden sehen, also die Windräder oder in Bayern die Photovoltaik, die tragen ein paar Prozent bei, aber der Energieverbrauch ist in Deutschland jetzt gestiegen wegen des Wirtschaftswachstums und deswegen sind in den letzten und vorletzten Jahren auch die CO2-Emissionen wieder gestiegen und der Ausbau der Erneuerbaren kann das gar nicht abfangen, weil nämlich so ein Windrad wirklich sehr wenig Energie erzeugt und auch nur dann, wenn es sich dreht. Ja, das ist die Realität, die zumindest vom Bundesministerium hier tatsächlich veröffentlicht wird. 2016 sind es glaube ich 79,3 Prozent geworden, also es wird ja fester ausgebaut. Spanien hat die Energiewende aufgegeben, weil die Kosten gerade für die Windenergie explodiert sind, sie haben Verpflichtungen eingegangen für die Subventionszahlung von 300 Milliarden Euro über 20 Jahre und das Land ist pleite innerhalb der EU und hat diese Zahlung einfach eingestellt und auch den Ausbau der Energiewende. In den USA muss ich glaube ich bloß Trump sagen, dann wissen Sie Bescheid. Herr Trump ist der Meinung, dass die Klimaerwärmung eine Erfindung der Chinesen ist, um Amerika zu schaden. Man muss Herrn Trump wirklich zugeben, er ist ausgesprochen unterhaltsam. Also auf dieses Argument, dass das jemand erfindet, war ich jetzt wirklich noch nicht gekommen. Aber ich habe so das Gefühl, solange Herr Trump dran ist, sieht es ein bisschen schlecht aus mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Herr Putin hat unlängst gesagt, wenn ich das in den Medien richtig gesehen habe, dass er in einem Punkt mit Herrn Trump übereinstimmt, nämlich bei der Klimaerwärmung. Aber selbst, wenn jemand anders in Russland an der Macht wäre, die Russen sind, seitdem die Geschichte in Russland überhaupt aufgeschrieben wird, also seit Beginn der Geschichtsschreibung, der Meinung, dass ihr Land zu kalt ist. 50 Prozent der Fläche Russlands ist Permafrostboden und unbewohnbar. Dass die Russen etwas gegen die Klimaerwärmung machen, halte ich persönlich, unabhängig von allen Aussagen der Politiker und der Medien, Herr Putin war ja in Paris beim Klimagipfel vor zwei Jahren, halte ich persönlich für unglaubwürdig. In einem Land mit 50 Prozent Permafrostboden wird nicht wirklich jemand etwas gegen die Erwärmung machen wollen. Gut, In China geht inzwischen die Rate von dem Ausbau von Kohlekraftwerken von einem Kohlekraftwerk pro Woche zurück auf nur noch ein Kohlekraftwerk alle zwei Wochen. Dass jetzt die Chinesen, auch der chinesische Ministerpräsident war, soweit ich weiß, bei dem Klimagipfel in Paris vor zwei Jahren, dass die Chinesen diese vielen schönen neuen Kohlekraftwerke abschalten, um CO2 zu sparen, in absehbarer Zeit halte ich für unwahrscheinlich. Ich habe gehört, Sie wollen die CO2-Emissionen ab 2030 konstant halten, wo auch immer Sie in 2030 dann sind, auf jeden Fall sehr viel höher als heute. Kanada, die haben diese Ölsende. Kanada ist neben Venezuela eines der Länder, die enorme Ressourcen an Erdöl und Venezuela ist es Schweröl haben für die Zukunft. Venezuela, das ist im Augenblick ein sehr armes Land wegen der politischen Schwierigkeiten, sitzt auf einem Schweröllager, was für die ganze Welt für weitere 100 Jahre reichen würde. Eine unglaubliche Erdölreserve. Und auch Kanada mit seinem Ölsand hat rund 100 Jahre nochmal Ölsand, der natürlich sehr viele Umweltprobleme erzeugt, aber sie exportieren das und sie sind aus dem Kyoto-Protokoll, aus der vorigen Vereinbarung, aus diesem Grund, wegen der Exporte und der Aufbereitung des Ölsandes ausgestiegen. Also im Augenblick sehe ich das ehrlich gesagt nicht, dass so fürchterlich viele Länder dem Vorbild Deutschlands oder der Schweiz, die Schweiz ist wirklich vorbildlich, sehr wenig CO2-Emissionen auch pro Kopf, aber auch Deutschlands Folgen, Deutschland ist ja die Frage, ob es überhaupt ein Vorbild ist, aber es gibt sich jedenfalls große Mühe, aber welche Länder sollen da folgen? Vielleicht Österreich, aber die haben auch viel Wasser, da ist es ein bisschen weniger schwierig oder Norwegen mit der vielen Wasserkraft, da ist alles einfach, aber so richtige Länder wie Indien oder China, da sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Gut, also meine Einschätzung ist, es sieht nicht so richtig gut aus mit der globalen Energiewende. Was sollte also ein Land, was ungefähr keine Kohlendioxid-Emissionen hat, aber sich natürlich Mühe geben könnte, die noch weiter zu reduzieren, okay, ein kleines Land und es ist außerdem noch so reich, dass es nicht auf meine Statistik passt. Was sollte ein solches Land tun, was noch dazu über Firmen verfügt, die tolle Gasturbinen bauen können und fantastische Kraftwerke. Was sollte dieses Land tun? Mein Vorschlag, ich habe einen Vorschlag an meine lieben Schweizer. Es gibt das Land Nigeria, das ist ein Bild aus einem Bericht der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Ressourcen, kann jeder Bürger downloaden aus dem Internet, über das Abfackeln von Erdgas. Wenn man Erdöl fördert, dann fällt normalerweise auch immer Erdgas an. Da kommt also diese Flüssigkeit unter sehr hohem Druck, typischerweise so 50 Bar aus dem Boden geschossen oder Sie müssen es pumpen am Ende, aber am Anfang kommt es mit Überdruck raus und Gas ist da eingeschlossen, es blubbert daraus, also so eine Art Sprudelfontäne und was daraus blubbert, ist Erdgas. Und das Erdgas kann man natürlich auffangen, verflüssigen und verkaufen und damit Geld verdienen, dann wird es genutzt, aber die armen Länder wie Nigeria, die fackeln es einfach ab, weil sie keine Erdgasverflüssigungsanlage haben und die Industrie investiert nicht in diesen Ländern, das hier sind Bilder übrigens aus Oman, da passiert dasselbe, sehr beeindruckend, hier mit dem Sonnenuntergang, sieht auch schön aus, aber Sie sehen auch die gewaltigen Qualmwolken, wobei der Qualm eigentlich kein Problem darstellt, der fällt wieder zu Boden, aber das Kohlen Dioxid, weil diese Länder zu instabil sind, investiert die Industrie nicht. Was sinnvoll wäre, ist dort eine Erdgasverflüssigungsanlage zu bauen, das ist eine große chemische Fabrik, die kostet vielleicht zwei Milliarden und das ist im Vergleich zur Energiewende in Deutschland, die ja deutlich mehr kostet pro Jahr, ist das wenig und man könnte dieses Erdgas auffangen. Ich habe Nigeria als Beispiel genommen, es ist das zweitschlimmste Land, das schlimmste Land mit dem Abfackeln ist Russland, meistens ist Russland am schlimmsten irgendwie, aber okay, Nigeria, also Schwarzafrika ist eigentlich auch immer ein gutes Negativbeispiel, geschätzt werden im Jahr 2011, neuere Zahlen habe ich nicht gefunden, 38 Millionen Tonnen. Die Schweiz emittiert pro Jahr 34 Millionen Tonnen. Das heißt, alleine durch das Abfackeln von Erdgas in diesem einen Land wird mehr Kohlendioxid, das ist nicht die Tonnen in Erdgas, in Erdgas, das sind nur etwas mehr als 10 Millionen, sondern umgerechnet in CO2. CO2 ist schwerer als Erdgas, falls das jemand nachrechnen möchte. In diesem einen Land wird mehr CO2 frei durch das sinnlose Abfackeln von Methan als in der Schweiz. Was sollte also ein Hochtechnologieland mit solchen Konzernen wie ABB tun? Solarzellen auf die Häuser der Eigenheimbesitzer tun und damit die CO2-Emissionen um 0,1% zu senken. Gut, damit habe ich jetzt versucht, meine ganzheitliche Debatte zu präsentieren. Ich bin jetzt eigentlich ein bisschen am Ende angekommen, es bleiben allerdings noch zwei Fragen übrig, nämlich was machen wir denn, wenn das nicht klappt mit der globalen Energiewende. Aber vorher möchte ich noch kurz was über Werte sagen, weil, also meine Familie kommt aus dem Ruhrgebiet und mein Onkel hat zur Zeit seines Lebens unter Tage Kohle gehauen und ist für das Wirtschaftswunder in Deutschland nach dem Krieg verantwortlich. Mein Vater war Chemiker in der Kohleverflüssigung. Ja, und ich denke, dass die Energie und diese Industriegesellschaft, dass die was Kostbares ist. Ich selber bin Professor für Physik, Nanotechnologie. Ich bin eine Manifestation, eine Ausgeburt der Hochkultur der Industriegesellschaft und ich finde diese Industriegesellschaft gut, auch wenn sie viele negative Aspekte hat, die nur leider in der Diskussion immer so betont werden. Und ich möchte kurz was über Werte sagen und mal was Positives sagen über die Industriegesellschaft, die sie so oft, zumindest in den Medien kritisieren. Gehen wir zurück 150 Jahre zu Beginn der industriellen Revolution. Jedes dritte Kind ist gestorben. Wenn Sie Ihre eigenen Vorfahren anschauen, die hatten viel mehr Kinder, vermute ich mal jedenfalls und viele sind eben gestorben. Kindersterblichkeit in Deutschland und auch in der Schweiz, in Mitteleuropa war 30% oder sogar 35%. Das ist nicht jetzt auf unter 0,5% gesunken oder sogar noch tiefer wegen der extrem hochentwickelten, super teuren Medizin. Es sind so ganz einfache Sachen. Seife, jeder hat ein Badezimmer, es gibt eine Kanalisation, wir haben Straßen und müssen nicht im Schlamm rumrennen. Die Lebenserwartung vor 150 Jahren war 50 Jahre, dann sind die Leute tot umgefallen wegen Zahnarzt und irgendwelchen komischen Sachen. Aber die Ursache da war die Ernährung. Wir haben heute Dünger, Kunstdünger, der so verpönt wird, der wird aus Methan, aus Erdgas hergestellt. Aber deswegen haben wir genug zu essen. Im Gegenteil, wir haben jetzt Probleme mit Übergewicht. Das ist auch ein Riesenproblem, das stimmt. Aber es ist ein Luxusproblem, es könnte schlimmer kommen. Die Arbeitsbedingungen sind viel besser geworden. Mein Vater hat noch samstags gearbeitet und hat sich abgerackert. Und natürlich ist die medizinische Versorgung viel besser geworden. Und wir haben heute eine Lebenserwartung von 80. Wenn Ihnen das nicht gefällt, können Sie gerne in ein Land gehen, wo es eben nur 50 ist. Aber ich finde das erstmal toll, sonst wäre ich nämlich schon tot. Es sind oft Leute, die die Industriegesellschaft kritisieren, die deutlich unter 30 Jahre alt sind. Das können die natürlich machen. Gut, dann die Ernährung. Ein Punkt ist, 10% der Erdgasproduktion wird ungefähr, also ein ziemlich großer Bruchteil für die Erzeugung von Kunstdünger benötigt. Und ohne das könnten wir ungefähr so diese 3 Milliarden Menschen, von denen der Club of Rome die Grenzen des Wachstums in den 90er und 80er Jahren geredet hat, ernähren. Die anderen wären verhungert. Wir haben aber eine enorme Entwicklung der Landwirtschaft und deswegen, nur deswegen können wir so viele Menschen über 7 Milliarden ernähren. Ohne die Industriegesellschaft könnten diese vielen Menschen heute gar nicht auf der Erde leben. Mobilität. Ja, da wird immer gesagt, oh Mobilität ist schlecht und so weiter. Ja, aber lassen Sie mal diese unendliche Kette von LKWs, die die Ballungsräume, zum Beispiel Berlin, zum Beispiel Paris, zum Beispiel London, versorgen. Lassen Sie sie mal für eine Woche ausfallen. Dann sind die Supermärkte leer. Und was meinen Sie, was dann los ist? Und LKWs haben ja zumindest die Leute, die sich mit Mobilität auskennen, versichert. Die fahren nicht mit Batterie. Die brauchen was mit ein bisschen mehr Power. Außer sie laden den ganzen LKW mit Batterien voll. Ja, dann kann er aber leider nichts anderes mehr transportieren. Also ohne LKWs geht es überhaupt nicht und schon gar nicht in den Ballungsräumen. Ja, und der letzte Punkt, Fliegen ist gut. Es wird immer gesagt, Fliegenkerosin, oh Gott, da die Kontenstreifen und die Abgase, ist alles ganz schlimm, wir bleiben zu Hause. Sorry. Gerade meine jungen Studenten oder auch die ganze junge Generation, die immer nach Indien fährt, einige fahren sogar nach Russland, manche sogar nach Amerika und die kommen wieder und sagen, oh, die Russen sind ja gar nicht so schlimm oder sie kommen wieder und sagen, oh, in Russland, in Amerika hat mir aber das Essen ganz gut geschmeckt. Die finden auf einmal diese fremden Kulturen ganz gut, weil sie da hingefahren sind. Die Mobilität auf diesen langen Distanzen ist ganz wichtig, um zukünftige Kriege zu unterdrücken. Heute marschiert niemand mehr in Frankreich ein, also das ist ja so eine deutsche Tradition, sondern die fahren einfach in Urlaub in Frankreich und ich finde das gut und dazu ist die Mobilität und gerade auch das Fliegen sehr wichtig. Ich würde das nicht so verteufeln und sie können das Fliegen nicht abschalten, können sie machen, aber das hat Konsequenzen für unsere Kultur. Und jetzt wird es ein bisschen philosophisch, deswegen habe ich auch ein schwarzes Hemd angezogen. Es gibt so etwas in der Physik wie Entropie und das ist der Grad oder eigentlich umgekehrt ist das Inverse des Grades an Ordnung, an Organisation und das menschliche Gehirn ist eigentlich das Objekt, was wir hier in dem uns zugänglichen Universum finden können, was den höchsten Grad an Organisation hat. Diese 200 Milliarden, Milliarden, kein Problem für die EU-Bürger, diese 200 Milliarden Nervenzellen mit ihnen tausendfachen Vernetzungen, nur wenn die richtig vernetzt sind, kann ich hier so reden zu ihnen, weil sonst käme ich durcheinander. Das ist ein Organisationsgrad, den gibt es sonst nirgends in dem uns bisher zugänglichen Universum. Und von dieser Messgröße Entropie her, muss ich sagen, ist der Mensch wirklich die Krone der Schöpfung. Allerdings ein Einzeller hat auch schon einen extrem hohen Grad von Organisation. Das ist ein bisschen deprimierend, finde ich, aber trotzdem, wir sind da mit unserem Gehirn eben nochmal 200 Milliarden oberhalb des Einzellers. Der Mensch ist im christlichen Sinne, ich bin christlich erzogen, ist ein bisschen schwierig mit dem Physikdingen da, Urknall und so, aber ich bin christlich erzogen und ich finde, die Werte des Christentums sind etwas Bewahrenswertes. Der Mensch ist wirklich die Krone der Schöpfung und für die Leute, die die unberührte Natur gut finden und Menschen nicht so gut, kann ich als Trost sagen, es gibt allein in unserer Galaxie und es gibt 100 Milliarden Galaxien in dem uns zugänglichen Bereich des Universums, also 100 Milliarden Galaxien, aber ich rede jetzt nur von einer Galaxie, unserer Milchstraße, da gibt es 100 Milliarden Sonnen, also 100 Milliarden, gibt es vermutlich unzählige erdähnliche Planeten, weil man weiß heute, wie Planetensysteme entstanden sind, wir haben die leider noch nicht entdeckt, da arbeiten wir noch dran, mit einfachem Leben, wahrscheinlich Einzeller und da gibt es jede Menge unberührte Natur, wenn Sie unbenörte Natur haben wollen, die gibt es haufenweise draußen im Universum, haben wir noch nicht entdeckt, aber das dauert nicht mehr lange, das ist doch ein Trost, aber nur hier gibt es intelligentes Leben, also hoffe ich mal jedenfalls, nicht? Ja, das ist wahrscheinlich sehr selten, weil Sie brauchen sehr lange stabile Bedingungen und der zweite Punkt, ich habe das Gefühl, dass eben dadurch, dass unsere Gesellschaften hier gerade auch in Europa so ein bisschen areligiös werden, das ist so ein Ausdruck, den habe ich gefunden, nicht atheistisch oder sowas, sondern einfach ein Abwenden von der Religion, gibt es so ein Glaube an die Natur, die Natur ist ohne den Menschen so paradiesisch, aber nein, das ist nicht so, sie ist keine gutmütige Mutter, Mutter Natur und sie ist auch keine rächende Göttin, es gibt diesen Roman, so ein Bestseller von Frank Schätzing, der Schwarm, da rächt sich die Natur am Menschen, also vor allen Dingen die Lebewesen im Meer, weil man da so viel Müll reinkippt und die werden dann ganz böse, also diese Lebewesen und ja, das ist Quatsch. Ein solcher Glaube, wenn man also Bäume und Steine anbetet, das ist ein Rückfall, sorry, in so ein Urglauben vor den Religionen des Buches. Die Natur ist unpersönlich und sie ist gefährlich, die ist nicht nett, wenn sie die einfach machen lassen, haben sie wieder eine Eiszeit und dann sieht es für die Schweiz ziemlich schlecht aus. Sie muss gezähmt werden. Ja, also, ich glaube, wir leben in einer Hochkultur, ähnlich wie die Pharaonen früher oder die Römer und diese Hochkultur gilt es zu bewahren und man muss sehr genau überlegen, was man mit der Energie macht, denn die Energie ist die Lebensgrundlage unserer Hochkultur. Ja, dummerweise machen wir jetzt nicht unbedingt unsere Hochkultur, sondern die CO2-Emissionen wachsen ja nur gerade genau in den Ländern, die eben aufholen zu uns, die durchlaufen unsere Entwicklungen eigentlich in einem früheren Status, das ist diese Kurve, wo dann eben die Geburtenraten runtergehen und dadurch steigen jetzt erstmal für die nächsten Jahrzehnte weiter die CO2-Emissionen. Das ist die Realität, glaube ich, fürchte ich. Und das sagen auch die Energiespezialisten. Ja, dann jetzt aber zu Waben, was machen wir dann? Wir brauchen einen Plan B und diesen Plan B will ich kurz andeuten, daran wird geforscht. Wir haben hier ein Bild von William Turner, ein britischer Maler, Abendstimmer in Wales im Jahr 1838. Das sind fantastische Farben, ganz toller Sonnenuntergang. Das war einige Jahre oder sogar Jahrzehnte nach dem Vulkanausbruch des Pinatubo in Indonesien. Er hat in der oberen Atmosphäre eine Aerosolschicht geschaffen aus Schwefel-Aerosol, weil bei Vulkanausbrüchen sehr viel Schwefeldioxid ausbricht. Und unmittelbar nach seinem Ausbruch im Jahr 1815 gab es ein Jahr ohne Sommer, in dem es in der Schweiz im Juli geschneit hat. Das ist natürlich die Ernte ausgefallen, es sind viele Menschen verhungert und so weiter, ganz schlimm. Das war das Jahr ohne Sommer und danach folgten also mehrere Jahre noch mit Klimaabkühlung. Das ist eine natürliche Klimaabkühlung, auch die kleine Eiszeit, die hier viele Jahre, eigentlich mehrere Jahrhunderte angedauert hat. Die wurde ausgelöst durch Vulkanausbrüche und zwar durch das Schwefeldioxid. Es gibt also die Möglichkeit, die Natur macht es, das Klima zu kühlen über Aerosolpartikel in der oberen Atmosphäre. Das wäre der letzte Notnagel und ich fürchte, das ist nicht so weit weg, dass wir zum letzten Notnagel kommen, vorher wird es erst mal wärmer, mit dem der Mensch die Natur zähmen kann, indem er diese nach oben schnellende Temperaturkurve vielleicht dann noch abfängt. Das wäre eine Idee. Vorerst wird es einfach weitergehen mit der Erwärmung, fürchte ich, egal, was wir hier in Europa tun. Eine gute Idee wäre es jedenfalls, die Aufmerksamkeit von uns aus unserem eigenen Eigenheim, da können wir die globalen Probleme nicht lösen. Mich fragen die Bürger immer, ja, was kann ich denn in meiner Küche machen, um die Erwärmung aufzuhalten? Ja, sie können sich natürlich eine ultra teure Waschmaschine kaufen, die also nur drei Liter Wasser braucht, um 100 Kilogramm Wäsche zu waschen. Deswegen haben aber die Leute in den trockenen Ländern nicht mehr Wasser. Und wenn sie eine Energiesparmaschine kaufen, meinetwegen also so eine Energiesparlampe, haben die Menschen in Indien nicht mehr Strom, sondern das ist ein rein lokales Problem, was sie hier machen. Wir müssen nach draußen gucken, wenn wir die globalen Probleme lösen wollen, in die armen Länder. Wir müssen die Armut bekämpfen und dazu brauchen wir mehr Wirtschaftswachstum und Wirtschaftswachstum braucht bezahlbare Energie, das war bei uns genauso. Wir müssen uns mit der Bevölkerungsproblematik auseinandersetzen, da hilft der Wohlstand, ein Zehntel unseres Niveaus und dazu brauchen wir Bildung, 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 Bildung. Ich bin in einem Punkt mit meinen grün bewegten Mitmenschen in Übereinstimmung, Ressourcenverbrauch ist enorm, wir müssen die Energieeffizienz erhöhen, Herr Bohnert hat das betont, da bin ich vollkommen in Übereinstimmung und natürlich müssen wir recyceln, das ist vollkommen klar, das wird auch kommen. Und beim Klima fällt aus, diese erste Option, Reduktion des CO2, ich sehe das persönlich nicht. Ich habe Ihnen die Zahlen gezeigt, die gehen alle steil nach oben mit der Bevölkerungsentwicklung. Es bleibt die Anpassung, es wird wärmer, also brauchen wir eine Klimaanlage, die kostet aber noch mehr Energie oder eben was man Klimakontrolle nennt. Aber ich denke, ein Weg zurück in so eine mittelalterliche Autarkie-Gesellschaft, im Mittelalter waren die Bauern alle autark, sie haben sich selbst versorgt. Das können Sie natürlich gerne machen, nicht der Thurgau, das haben wir diskutiert vor einiger Zeit, der Thurgau könnte irgendwie autark werden. Ja, kann er ja gerne machen, das löst aber nicht das Klimaproblem der Welt, wenn wir uns auf uns selber zurückziehen. Wir müssen rausgehen und gucken, was da draußen passiert, wo Erdgas sinnlos abgefackelt wird. Wir müssen unsere Industriegesellschaft mit ihren Nachteilen, CO2-Emissionen und so weiter, in eine Hochtechnologie-Zivilisation, die eben die Nutzen der Industriegesellschaft mit den modernsten Erkenntnissen, wie zum Beispiel von Herrn Bohnert aus der EMPA, kombiniert, also in eine noch höhere Hochkultur weiterentwickelt und um Gottes Willen, ich hoffe, dass diese Hochkultur weiterhin bestehen bleibt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Applaus